hauptmann aufzug monetiert durch kalt bremmer um so eine etage habe ich noch nie gesehen bin ich von der sind schon tatsächlich nicht die die Tür geht erst so wenn die so Tür vollständig geöffnet auch gemacht so ein Geräusch ist da Wie sieht es aus, befinden sich hier bei drei Ärzten in einem Wohnhaus in Köln. Und das Wohnhaus hat über fünf Etagen oder auch bestimmt zehn Etagen oder so. Leider ist der Eingang gesperrt ohne so einen Schlüsselzug ähnlich. Und das war's. Und wir kennen uns noch das Wohnhaus. Es ist zu hoch. Der Eingang ist gesperrt. Und das war's. Und das war's mit dem Video. Hier aus dem Weiden. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.